Hier leben wir. Hier sind wir zu Hause. Der vielleicht einzige Planet mit Leben in unserem Sonnensystem. Das Ergebnis purer Zufälligkeit in den unendlichen Weiten des Universums. Unsere Existenz birgt unzählige Herausforderungen, aber auch unmessbares Potenzial. Teilen wir doch alle die Neugierde, neue Wege zu gehen und Reisen anzutreten, die man lange für unmöglich hielt. Mit dem ersten Schritt auf den Mond wurde ein neues Kapitel Menschheitsgeschichte geschrieben. Begleitet durch ein Unternehmen, das bis heute Maßstäbe setzt. Bata. Wir definieren die Zukunft der Batterietechnologie.